Hallo und herzlich willkommen! Ich bin hier am Stand von Ayrton und das coole ist, in der Veranstaltungsbranche gibt es ja nicht ganz so viele Frauen und ich habe es geschafft auch eine wunderhübsche Frau vor die Kamera zu bekommen und die Nathalie wird mir jetzt ein bisschen was über die neuen Produkte von Ayrton zeigen, ist ja auch eine sehr gehypte Marke momentan und es ist in aller Munde, besonders eure Leitshow. Hi, grüße dich Nathalie und was möchtest du uns heute vorstellen? Ja, wir haben natürlich viele neue Produkte am Stand. Wir versuchen natürlich immer mit der Zeit mitzugehen und haben natürlich ganz viele neue Techniken vor allem auf dem Markt, die ich gerne mal vorstelle und zwar in der Mitte seht ihr das Schwift, das ist ein Panel, hat 4096 Pixel und kann über einen Mediaserver angesteuert werden. Daneben direkt ist ein Panel, was ganz neu ist auch und zwar das ist kombiniert. Wir hatten ein Magic Panel bereits, Air, das sehen wir gleich auf der linken Seite und das haben wir jetzt kombiniert mit dem Display, das heißt, das nennt sich auch Twin. Das heißt, auf der einen Seite Display und auf der anderen Seite Panels? Ganz genau, ganz genau, so dass man alles, was möglich ist in der Lichtbranche natürlich ausnutzen kann. Hier vorne, das stehen wir ja direkt davor, das ist unser kleiner Magic Dot. Sehr süß, sehr süß, sehr süß, genau. Sehr schnell vor allen Dingen und beeindruckt einfach, weil man super tolle, eigentlich simple Effekte macht, aber es hat natürlich für die Leute einen Wow-Effekt. Wunderbar, da danke ich dir und ich sehe gerade im Hintergrund, geht gerade die Show los, also ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Show von Ereden an. Ereden an.